In den heutigen Vivi News, eine Star Wars Legende erscheint auf Vivi als NFT und das erstmalig. Unter anderem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop Details an für die kommenden Comic Drops. Unter anderem MCP ist endlich am Start. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch heute direkt rein ins Video, denn ich habe auf jeden Fall eine Menge spannender und interessanter Informationen für euch mit dabei. Und ich würde sagen, starten tun wir an dieser Stelle mit einer absoluten Star Wars Legende und zwar nämlich Luke Skywalker. Denn den sehen wir nämlich schon am 4. Mai um 17 Uhr deutscher Zeit mit insgesamt drei digitalen Collectibles. Ob das jetzt unterschiedliche Variationen von Luke sind oder ob da vielleicht auch noch andere Charaktere mit dabei sind, das werden wir sehen. Ich persönlich gehe aber tatsächlich eher davon aus, dass wir noch andere Charaktere sehen können. Zum Beispiel wie Han Solo oder auch zum Beispiel den Woogie-Freund Chewbacca. Und das Ganze wird hier außerdem rausgebracht zum 40. Jahrestag zu Return of the Jedi. Das war ein Film, der damals rausgekommen ist. Und dementsprechend wird das auf jeden Fall ein sehr interessanter Drop. Ich gehe auch davon aus, dass es nicht der letzte gewesen sein wird, denn es wird wahrscheinlich auch ein voller Star Wars Monat. Und ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass wir hier auf jeden Fall auch noch Golden Moments zu diesem gesamten Monat sehen von Star Wars. Denn ja, es ist wie letztes Jahr auch dieses Jahr sehr wahrscheinlich wieder ein Star Wars Monat wie LXG. Das ist ja auch schon wieder ankündigt. It's gonna May und dazu hier ein Bild, wo Star Wars draufsteht. Also ja, ich denke, es ist relativ klar, was hier diesen Monat abgehen wird. Für alle Star Wars Fans wird es auf jeden Fall inklusive mir ein sehr, sehr schöner Monat. Aber natürlich auch ein sehr geldintensiver Monat. Im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns auch direkt mal die Drop Details an für die kommenden Comic Jobs. Und zwar sind wir nämlich hier Guardians of the Galaxy Hashtag 1 aus dem Jahr 2008. Heute um 17 Uhr in deutscher Zeit kommt das Ganze raus. Wie immer mit exklusiven Rare wie auch Altria Covern. Und das Ganze wird an dieser Stelle heute mit einer Editionzahl von 10.000 Stück rauskommen. Und insgesamt einen Wissenpreis von gerade mal 7 Gems wie immer haben. Als nächstes Comic haben wir dann hier einmal den Star Lord. Und außerdem, falls du noch weitere Informationen zu diesen gesamten Drops haben möchtest, schau dir sehr gerne mein letztes Video an. Dort habe ich die Comics nochmal etwas mehr vorgestellt, beziehungsweise auch mit Preisen gezeigt. Anschließend, wie schon erwähnt, haben wir hier Marvel Preview Hashtag 1 mit Star Lord. Und das Ganze wird natürlich auch wieder mit exklusiven Rare wie auch Altria Covern sein. Ich persönlich werde diesen Drop auf jeden Fall mitnehmen. Am Mittwoch um 17 Uhr deutscher Zeit ist das Ganze. Denn die Cover hier auf jeden Fall auch die Altria gefällt mir extrem gut. Wirklich ein sehr sehr schönes Cover. Und das Ganze wird auch wieder eine Editionzahl von 10.000 Stück haben. Aber einen Listenpreis an dieser Stelle von 10 Gems und nicht wie immer von 7 Gems. Wie die oder warum die diese Preise immer wieder ändern, ich kann es euch persönlich nicht sagen. Ich finde es persönlich auch etwas verwirrend. Aber ja, das sind auf jeden Fall die Daten, die wir zu diesem Drop haben. Und anschließend, MCP scheint wohl wirklich jetzt durch zu sein und für jeden da draußen verfügbar zu sein. Denn ja, ich habe mal gefragt auf Twitter, ist MCP now out for everyone? Und ja, da hat auf jeden Fall sehr 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 viele Leute darunter geschrieben, dass sie jetzt MCP haben. Und wenn man auch mal in die Feldangabe schaut, dann findet man unter anderem unseren CEO von Vivi, nämlich David Yu, der das Ganze unter anderem auch geliked hat. Und auch viele andere Umfragen haben gezeigt, dass jetzt wohl anscheinend MCP auch komplett ausgerollt sein sollte für jeden da draußen. Falls es für dich nicht ausgerollt sein sollte, schreibe es auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Aber das würde mich persönlich schon sehr überraschen. Als nächstes, wenn ich jetzt schon deine Aufmerksamkeit habe, und zwar wird es nämlich am Donnerstag um Neuzeit zur deutschen Zeit einen Livestream geben. Und zwar nämlich mit dem guten Vivi Versum. Und dort wird es unter anderem das Thema geben Vivi Germany, beziehungsweise wir haben ja am Wochenende in Dortmund unser erstes kleines Meeting der Community. Wenn du da vorbeikommen möchtest, schreib mir das auf jeden Fall sehr gerne unten in die Kommentare. Wenn du noch nicht in der Telegram-Gruppe bist, dann teile ich dir das Ganze einmal. Ansonsten für jeden anderen, wir treffen uns auf jeden Fall auf der Comic Con in Dortmund am Samstag und werden dann auf jeden Fall den Tag zusammen gestalten. Und ich werde mich am Donnerstag hier auch nochmal mit dem Vivi Versum und dem Jan zum Beispiel treffen auf dem Kanal vom Vivi Versum. Und werden einfach nochmal ein bisschen quatschen, natürlich nicht nur um das Event rum, sondern natürlich auch noch sehr viel mehr. Das heißt, wenn du auf jeden Fall Lust hast, einen schönen, entspannten Abend hier zu machen, kommen Sie gerne vorbei. Ansonsten gibt es auch eine weitere sehr interessante Entwicklung. Und zwar nämlich eine Partnerschaft mit Fandango. Und das wiederum ist eine auch sehr interessante Partnerschaft. Denn Fandango ist ein US-amerikanisches Ticketunternehmen, was Online-Tickets verkauft und gehört unter anderem hier zu NBC Universal und Warner Media, beziehungsweise 7030 an dieser Stelle. Und das ist auch eine sehr, sehr interessante Entwicklung. Und hier gibt es, wie schon auf diesem Ticket erwähnt, beziehungsweise in dieser Nachricht erwähnt auf Twitter, dass es hier zu dem neuen Guardians of the Galaxy Film ein Giveaway geben wird, beziehungsweise hier auf jeden Fall die Möglichkeit geben wird, über den Ticketverkauf ein Digital Collectible zu gewinnen. Und meiner Meinung nach eine wirklich sehr, sehr schöne Entwicklung und zeigt auf jeden Fall auch, dass dieses Jahr die Filme definitiv eine große Rolle spielen im Thema Marketing. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das Ganze entwickeln wird. Ich glaube aber tatsächlich auch, dass es hier wieder sich nur um US-amerikanische Tickets handelt und leider nicht um europäische. Ich werde aber nochmal deutlich mehr researchen. Ich hatte jetzt leider heute nicht so viel Zeit, um euch das im nächsten Video auch nochmal detailreicher zu präsentieren. Und ansonsten war es das an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten VIV-News. Wenn dir da draußen das gesamte Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich natürlich wie immer recht herzlich mit dir da draußen fürs Zusehen und wünsche dir noch einen wunderschönen Morgen, Mittag und Abend. Bis dann, ihr Käpt'n. Ciao, ciao.